Die Atacama ist unser neues Spitzenprodukt aus unserem Bereich Adventure. Sie ist für den Vielfahrer gemacht, der bei jeder Witterung optimal angezogen sein muss. Egal ob auf der Straße oder auch neben der Straße, bist du mit der Kombi jederzeit optimal präpariert. Wir haben bei der Kombi einen Mix aus verschiedenen Materialien aus dem Pro-Gortex-Bereich sowie leichtere Materialien verwendet, um einfach hier einen perfekten Mix zwischen Passform, Sicherheit und auch Komfort auf dem Motorrad gewährleisten zu können. Als Schutzprotektorenpaket bieten wir hier alles, was die Firma Held im Moment im Repertoire hat. Der Kunde hat die Möglichkeit, Clip-In-Produkte wie unseren Airbag, wie unsere Thermowäsche, Unterwäsche oder Windstopper unter der Kombi zu tragen. Des Weiteren haben wir im Frontbereich unseren altbekannten Held ACS, also Direktbelüftung sowie auch großflächige Einsätze für gute Belüftung, zwei Wassertüte-Außentaschen. Und auf was wir am meisten stolz sind, ist die Verarbeitung der Waikike Aqua Seal Zipper, welche wir im Beinabschluss sowie auch am Arm verwenden, um dem Kunden hier eine Direktbelüftung zu geben. Den Namen Atacama haben wir abgeleitet aus der Wüste in Chile und er steht für den Abenteuercharakter, der mit solchen Orten verbunden ist. Zum ausgiebigen Testen der Kombination waren wir in Schweden im Unterholz und hatten da über drei Tage jede Menge Spaß und konnten die Kombi auf Herz und Nieren testen. Das Gelände war mega anspruchsvoll. Wir hatten superschöne Gegenden, viel Seen, viele Plusdruckfahrten, viele Wasserdruckfahrten, Brückenwälder, wo man ein bisschen Singletrail fahren musste. Also einfach nur mega. Auf so einer Adventure-Tour hast du immer wieder mal Herausforderungen, denen du dir stellen musst. Und da gilt es auch mal so ein Motorrad aus dem Schlamm zu ziehen, wenn einer mal stecken bleibt. So ein perfekter Tag geht dann zu Ende. War super anstrengend. Dann haben wir unsere Zelte aufgebaut, haben uns doch einen Fisch gefangen, ein Bierchen aufgemacht und dann einfach nur über das geile Abenteuer, das wir an dem Tag erlebt haben, noch mal sinniert und waren einfach nur happy.